Die Mango ist eine Frucht, die es in zwei Qualitätsstufen gibt. Einmal die herkömmliche Importware über Schiff und einmal die Flugware. Die Flugware zeichnet sich dadurch aus, dass die Mango in ihrem Herkunftsland am Baum fertig reift und dann erst mit dem Flugzeug nach Europa importiert wird. Ich genieße sie am liebsten pur und hierfür schneide ich sie in Würfel. Ich nehme den Sparschäler und schäle den Mango von oben nach unten in einem durch. Anschließend nehme ich das Filetiermesser und schneide die Mango zuerst der Länge nach am Kern entlang ein. Drehe die Mango in der Hand, schneide sie einmal der Breite nach dem Kern entlang ein. Und dann anschließend schöne Würfel direkt von der Frucht schneiden. Guten Appetit!